alle und jetzt will kommt die Götter Sler wird und ich zeige euch heute einen anderen den KC die Puma die VX und das 60 in der Version 1.2 als Peck mit einem Frontlerer wird er geliefert und zwar hier den großen es ist der und da war ich 70 wenn ich mich nicht vertan habe auf jeden Fall zeige ich euch noch kurz als kleine Tutorial zu nehmen an wie man den Endpakt für alle die ich noch nicht wissen so und zwar geht ihr hier um auf Dokumente My Games von der Mitte 15 Mods ja und jetzt Warte mal kurz und jetzt müsste es bei euch so aussehen im Modellordner wenn ihr ihn runtergeladen habt jetzt müsst ihr rechtsklick alle extrahieren extrahieren so jetzt könnt ihr den Zip Ordner löschen entfernen fertig so jetzt nehmt ihr die rechtsklick ausschneiden oder mit Tastenkombination von SDRG und X ähm und mit SDRG und mit SDRG oder ich klick einfügen 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 den Zorn warten wir wieder löschen und jetzt habt ihr das Pack ausgepackt und reingeschoben und ja so und jetzt würde ich sagen schauen wir erst mal in den Shop und damals unter Traktoren der Case Puma IH Case IH Puma 160 CVX mit 200 PS das machen sie 147 KW 75 Euro am Tag unterhaltskosten und ja genau so und der Stoll ist der zweite im Bunde ne Stoll Profi Line FZ ähm 80.1 das ist halt ne größere Version passend zu Case IH Puma Case Puma 230 CVX Frontliner Version die ist ja ne Frontliner Version kostet 20 Euro am Tag und zum Vergleich bei mir noch den FZ 30 ist der einzige Stoll Frontliner von den Standardfahrzeugen konnte 2700 und so weiter der Passteil für den kleinen Steiner Multi nochmal so also Unterschied das sind nicht dieselben und das ist der Original 160er Puma und das ist der Mod oder man kennt man oder was ist der Unterschied bei denen beiden also zuerst mach ich jetzt mal die Konsole auf da kann ich fliegen ähm zum einen hat halt der Mod jetzt den in die Frontliner Konsole mit drinnen hier an der Seite sieht man sie hoffentlich wenn man nicht allzu blind ist in der Version 1.2 hier wurde jetzt das Fahrverhalten verändert es wurde auch IC-Control verbaut das heißt man kann Fenstertüren also Heckfenster, Dachfenster und Tür öffnen und von außen auch die Tür öffnen sehr interessant schauen wir uns gleich an zum Beispiel ist hier beim Mod das Fenster geschlossen und beim Standard offen das Dachfenster und wie gesagt also viele Unterschiede sieht man von außen auf den ersten Blick nicht aber muss ja auch nicht sein ne so die Super Tinos und Open also öffnen und schließen der Typ sieht schon mal sehr schön aus gefällt mir steigen wir ein IC-Control also hier können wir damit die Konsole öffnen ach so das Lenkrad vor und zurück beim Aussteigen macht man es in der Realität eigentlich das Fenster sehr schön animiert gefällt mir wirklich gut um wir haben noch was gesehen von Kraft lieber öffnen und schließen jetzt sind geschlossen und jetzt klappt nicht auf sehr schön sehr schön das Dachfenster kann man wie gesagt auch öffnen dann sieht es aus wie beim Original oder nur noch geiler Sound gefällt mir Prozent höchste Schwindigkeit sind doch Mann ja 50 werden 51,8 das fast 52 km h ja damit ist man auf jeden Fall gut bedient würde ich sagen Spiegel gibt es natürlich auch ist mittlerweile im LS Standard haha ja auch endlich mal genau aber der gefällt mir wirklich ich lass den auf dem Hof auf meinem Cheaterhof mag kicken passt auch wie angegossen super also das ist der King für mich alter heute der beste Traktor also wenn heute nochmal so ein guter Mod meinen Mod Ordner erreicht dann bin ich auf jeden Fall sehr gut bedient und sehr happy allerdings damit wir die Frage auch klären dann ich denke schon und jetzt probieren wir es auch aus ob die kleine ob der kleine originale Frontlader von Stoll auch passt und der passt auch aber er sieht halt nicht so gut aus ne ist halt so klein und so ne auf jeden Fall tolles Package jetzt steht hier auf der Motto aus der Seite die Frontkraftheber auch um automatisch an und ab gesenkt werden können war das deutsch ja probieren wir gleich aus und hier sieht man auch gleich kann man mit R hier die Kotflügel wegmachen das finde ich auch sehr geil einzeln links und rechts also das ist wirklich jetzt mein ach super ah guckt euch alles an hier kann man auch gleich die ganze ähm ihr wisst schon Frontlader Aufhängung an und ab montieren ha geil kann man noch was hab ich was übersehen ne auf jeden Fall bester Traktor für heute und mit diesem Monster verabschiede ich mich nun und zunächst mal Verstellung haut rein download wie immer in der Beschreibung und vergesst nicht immer zu bewerten hat immerhin schon fünf Sterne von 5 hoch Wertung Empfehlungsrate Prozent von nach 28 Stimmen liegt bei 290,86 Prozent das sind Mod Hoster User Bewertung 4 Sterne das ist Klasse gut übrigens vielen Dank an Tim 131 für so Lagen wenn es ja auch dein Mod ist übrigens Prozent der der neulich von mir getestete Jeep oder wie ich es auch genannt habe das schnellste Auto im L.S. von Mecha wurde mir gesagt das das nicht von ihm ist sondern dass das von einer anderen Plattform stammt beziehungsweise von einer anderen Moda und hiermit empfehle ich ihn nicht weiter außer man findet den Original Erbauer des Mods ja wie gesagt jetzt ist es aber zu Ende haut rein Leute genießt den Tag noch bei dem schönen Wetter zumindest bei mir haut rein ciao